willkommen zurück zu einer weiteren runde destroy all humans so wir können jetzt einmal weil ich das unbedingt haben möchte transfusionskammern feuert bei jedem schuss seine zweiten schuss ab so eine art doppelschuss stelle ich mir cool vor millionen ja das wäre eigentlich auch ganz cool aber naja wie gesagt das kostet ziemlich viel und wir haben in der nächsten mission hoffentlich mal denn die chance dazu das zu kriegen das hier werde ich jetzt auch noch versuchen freizuschalten das heißt wir werden uns das mit dem armageddon am ende der war doch aber gerne ja genau das armageddon am ende einsetzen mal gucken so dann wollen wir erstmal nicht mission starten sondern region erkunden denn ich wollte jetzt so viel wie möglich jetzt noch rausholen vielleicht werde ich dann auch noch mal ein wenig ja den sv produzieren was ich dann noch brauche mal schauen so fangen wir mal erst einmal das rennen weil da gibt es ja gab es nie wirklich was anderes kannst du auch das erleben und vergisst die daten nicht okay das jetzt ein ernstes zwischendrin hopp ich sehe nichts ich sehe nichts das auto bis jetzt klappt es ganz gut so weiter schwierig jetzt fängt das hier aber an zu rückeln warum fängt das hier so an zu rückeln ja finde ich auch drei sterne beim ersten mal wir haben eigentlich ganz gut zeit gemacht so wie weit das doch ist okay hervorragende arbeit danke so hast du noch eine mickrige minute um eine aufgabe abzuschließen schneller ist das mies ist das dein ernst gewesen so ich habe jetzt keine ahnung ob wir es geschafft haben ich war jetzt so konzentriert bitte lass es geschafft haben die beste stadt der welt und was den selbstzerstörungsmodus der drohnen angeht ich kann nicht beweisen was genau da passiert ist aber du kannst mit einem weiteren negativen eintrag in der lakte rechnen okay jawoll gleich bei anfang an drei sterne hauptstadt hetzjagd fertig so dann armageddon wie gesagt erst gegen ende aber eine drohne für 100 mehr kann man doch mitnehmen ja ich habe erst letztendlich nicht pinkeln sie sind es körperfressen ziemlich weit sind wir weg so was haben wir jetzt hier ich denke mal die entführung wird jetzt auch mega ne randale okay randale was machen wir verwende den anal sonde oder extra rieren um mehr zu erhalten cool endlich endlich mal was 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 macht und die männer in sehr dunklen braun zu dezimieren wenn sie dieses weiße raus aber besuche ohne dem desintivator klar zu kommen probier mal etwas profitierteres aus um sie zu vernichten ja zum beispiel anal sonde ich habe flashback ja ja das war kein gegner ich kriege flashback ich habe flashback wir extrahieren hier hirne in massen das haben wir sogar schon geübt hier wir brauchen hier nochmal ein bisschen höher ich habe flashbacks ich habe flashbacks ich habe flashbacks ich habe flashbacks so ich sehe dich und gleich nochmal so wir wieder den kopf verwischen aber wir sind so gut ich dass das eigentlich kein thema sein sollte ich habe spielkirchen alter 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 ach so dir nehmen wir auch mal den kopf ein bisschen so kill kill das wollte ich eigentlich nicht ok nein 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 es scheint mir entgegen unseren annahmen ebenso fragil wie die anderen menschen nicht mal ihre anzüge sind aus stabilerem material ok passte gleich beim anfang also naja anal sonde meister kann man mich jetzt nennen ich habe damit ja schon vorher ein bisschen gefahren so dass wir rennen haben wir lasst mich doch mal lasst mich doch mal ein bisschen skaten jetzt die entführung mal gucken liefere tote agenten um mehr dns zu erhalten wirft mir so viele dieser arten wie du in deine pseudopodien bekommen kannst in den orbit auf und mit auf 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 die wird schwieriger und so wie es aussieht und die immer schön so weiter ich muss einfach nur mit psychokinesen wieder machen ich muss sie dann immer schön auf dem boden lassen ok da haben wir noch ein ja ok nur noch eine minute übrig so die hälfte hier halt so ist auch fast weg die party ist vorbei ich muss sie halt irgendwie denn immer rein so ungefähr das ende sah sehr cool aus so aber wir probieren es noch mal das lasse ich jetzt nicht so auf mir sind mindestens zwei sterne mindestens so viele dieser art gehen du in deine pseudopodien bekommen kannst in dem ok jetzt geht mir schon die puste ja wir brauchen agents ich weiß ja ich auch nicht okay das nur mit psychokinese wird schwer kleinwüchsiger zirkungs hat artsteller tot aufgefunden clown show endet in tragödie ok nicht so tool wird mir so viele wie du in deine pseudopodien bekommen kannst werden sie dann aufgesammelt ok zu anfangen muss ich wohl wahrscheinlich eher auf mein eigenes leben achten und einfach irgendwas reinschmeißen ich habe doch so auch nicht wirklich das ist so nervig wenn sie einen die waffen abnehmen ja ich sehe dich auch und ich schmeiß voll daneben ja schon dabei so das ist und ich kann mich nicht so heben ich muss ja erstmal grillen jetzt du kannst mich runter du kannst mich runter so so okay das ist nervig schon dabei nicht ganz zwei sterne aber ich glaube ich muss sie vor einfach mit dem laser fertig schocken anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen weil wir kommen ja ich brauche 80 ich bin bei 62 ich glaube das wird wieder so eine quest sein wo ich nur zwei sterne schaff gut das heißt wir fangen gleich an ach mensch das war alles verkehrt vielleicht muss ich einfach nur erst mal ein paar leichen ja ich weiß weil auf jeden fall könnte das helfen ja kommt platz okay nächste leichte laterne ok ja schon dabei so wir brauchen einfach mal ein paar mehr leise so damit auch hier wieder was auflädt ok ja die hälfte aber die umsetzung war wieder mal mistig ich muss ich habe zwar zwei sterne geschafft ich probiere es jetzt noch ein einziges mal aber ich bin der meinung ich werde das so nicht schaffen das ist nämlich gar nicht so einfach wie es aussieht so kommt Komm, 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 komm. Platz, Platz. So, dann können wir hier schon mal die nächsten Leichen rüberschieben. Okay. Zack. 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 So, nächste Leiche. Ah, sonst, hoppala. Ah, komm schon, ich muss die Leichen da reinsteigen. Komm, 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 jetzt platz doch mal. Okay, den nächsten. Dann nehme ich dich noch mal mit. Okay. Okay. Das muss eigentlich nur... Das ist keine... Du hast nur noch eine mickrige Minute, um deine Aufgabe abzuschließen. Ja. Und ich... So, nächste Leiche. Okay. Oh, 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 oh. So. Wir brauchen nur die Leichen. Hey, wo ist die Leiche hin? Wo ist die Leiche schon wieder hin? Okay. Bleibt euch alle gegenseitig ab. So, und du musst jetzt auf jeden Fall weg. Halb geschafft. Halb geschafft ist trotzdem nicht geschafft. Das... Ja, ich denke mal, so soll es machbar sein. Aber mehr als... Zwei werde ich jetzt erstmal nicht hinkriegen. Hm. Na gut, jetzt ist es sogar noch schlechter geworden. Äh. Ist ein bisschen böse. Gut. Gehen wir uns erstmal verlassen. Jetzt... Wir lassen das jetzt erstmal bei zwei. Jetzt gehen wir noch einmal zum Mutterschiff. Und dann wollen wir auch mal schauen. Aber wie gesagt, Entführung ist wirklich nicht meins. Komm nur näher. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiffe. Upgrades are us. So, das Raumschiff nochmal komplett ausgeforscht. Also es gibt für das Raumschiff nichts mehr. So, und der Quantendestruktor. Der wird hoffentlich jetzt gleich richtig Spaß machen. Also dann lass das Armageddon mal wirklich kommen. So, dann machen wir doch mal. In der Hauptstadt richtig böse, böse, böse Sachen machen. So, Armageddon, wo bist du? Da hinten. Sie sind es! Äh, ich bin es. Äh, hallo, hallo. Sie sind es! So, einmal durchs Sperrgebiet durchhüppeln. Ein Thema. Ja, ja, ich, na, das wollte ich doch nicht. Doch. Armageddon. Let's go. Jetzt bin ich mal gespannt. Raumschiff ein, um so viel Chaos wie möglich zu verbreiten. Vernichte alles, was dir vor die Rohre kommt. Ja? Sie kommen! Uli, was ist das für eine Explosion? So, auf zum nächsten. Ja, deswegen können wir ja hier ein bisschen Chaos stiften. Alter, das macht Laune. Also. Hab schon nichts mehr. Halt. So, nutzen wir doch mal. Einfach hier ein bisschen was. Jawoll, ja. Ich sollte aber nicht vergessen. Ich brauche, wenn man noch, Autos. Gott, das ist ja riesig. Wahnsinn. Hoppala, was war das denn jetzt schon wieder für ein komischer Ruckler heute? Okay, ich brauche ein neues Auto. Ja, gucken wir mal. Noch keine Aufladung so richtig. Dann lasern wir halt. Okay. Hoppala. Sie kommen, wir rennen um euer Land. Ha? Du hast nur noch eine mickrige Minute, um deine Aufgabe anzuschließen. Ja, ich würde sagen, so ab 30 Sekunden hau ich nochmal ordentlich was auf und döds. So, ich brauche das nächste Auto. Okay. Ja, komm. Ja, komm. Arme mitnehmen. So, das Ding muss auch zerstört werden. Okay. Aber so weit von. Achso, wir sind ja schon. Vervorragend. Okay, mehr habe ich nicht. Aber es hat Geld reich. Du hast die Zeit davon. Drauf. Einfach nur noch drauf hier. Hammer. Können wir noch einen? Haben wir noch einen? Schade. Schade. Die Stadt gehört uns, Krypto. Nächster Tag, Sockenstrukt. Ein paar hübsche, bunte Denkmäler errichten. Okay. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Hat sich gelohnt. Gut. Dann würde ich sagen, war es das jetzt auch für diese Folge. Oh, jetzt kriege ich hier nochmal den Destrupp. Doch. Aber wir können ja nochmal. Alter, Schwäder. Flup, 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 flup. Das sammelt auch alles wieder auf. Cool. Boom. Alter, wie viel man hier kriegt. Wahnsinn. So macht das doch Spaß. Wenn das jetzt auch noch alles DNS wäre. Ich würde so die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Flup, 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 flup. Es macht einfach nur heilen Spaß. Die Stadt. So zu zerstören. Boom. Und hier. Boom. So. Wir können doch hier nochmal das weiße Haus. Mal sehen. Irgendwas kaputt. Schön. Einfach nur schön. Okay. Gut. Genug Spaß gehabt, würde ich sagen. Wir gehen zurück zum Schiff. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Und wir kümmern uns dann wahrscheinlich wieder um die Story in der nächsten Folge. Also, schaltet wieder ein und bis denn.